kackte ab nee also hallo youtube und twitch ihr seid jetzt zusammen hier wir sind bei der projektauflösung wir haben 9,74 millionen euro schulden wir lösen die wir sind auf der elm creek wir lösen hier den hof auf und gehen dann rein in die in die rennebu und wir nehmen euch jetzt mal mit auch und ich schneide dann mal was zusammen jeweils die highlights und twitch chat ist auch am start ja also noch mal kurz zu dem projekt zero so hieß es wir wir ich habe zehn millionen kredit aufgenommen habe mir meinen wunschhof hingestellt moment den kann ich euch auch noch mal zeigen youtube youtube zeige ich das noch mal wir haben hier einen großen kuhstall zwei schafställe einmal pferde schüttguthalle wir haben hier eine durchfahrhalle wir haben hier das lager von hot wir haben hier die auch eine halle aus dem vanilla game die leimbinderhalle als mod ich habe hier das so ein bisschen annektiert als mein lagerstätte produktionen haben wir und die müssen wir auch noch verscherbeln die produktion da ist auch noch stuff drin wie ihr seht wir haben die bga wir haben die bäckerei wir haben die molkerei wir haben die ölmühle die ist schon komplett leer gelaufen wir haben die spinnerei und wir haben eine schneiderei und die getreidemühle so und wir sind jetzt um euch noch mal abzuholen im dritten jahr das bedeutet dass wir nur zwei ernten eingefahren haben wir haben hier sind viel auf silage gegangen wir haben die felder zeige ich auch noch mal youtube felder haben wir folgende wir haben die 73 gepachtet mit diesem riesen grundstück die 71 das ganze tal hier haben wir gekauft und die bga mehr grundstücke habe ich nicht damit habe ich gewirtschaftet alles 10 millionen inklusive fuhrpark ich habe jetzt noch zwei leihgeräte die anderen leihgeräte habe ich im dezember zurückgegeben das ist der fuhrpark das müssen wir auch noch alles verkaufen so das bedeutet wir starten jetzt erst mal hier den kollegen hier den kollegen hier übrigens auch für youtube wir sind hier in einem automatisierungsprojekt also wenig manuell viel automatisierung wir bewirtschaften große flächen ich hätte gerne dass du zum waschplatz fährst und jetzt fangen wir an die geschichten zu verkaufen meine taktik wird auch sein dass wir jede maschine lackieren und reparieren weil es dann noch mal äh nee die tiere kann ich nicht mitnehmen sehr gute frage aus dem chat die tiere kann ich nicht mitnehmen weil ich dort erstmal keinen hof haben werde wir werden uns aufgrund der platinum extension auf forst erstmal konzentrieren so viel sei schon mal verraten wir machen forst und werden dann hoffentlich schnell auf auch mit landwirtschaft arbeiten mit produktion arbeiten also das projekt der projektnahme wird sein big in rennebu und das ist auch da das soll es auch so sein wir sind groß in rennebu die map ist groß wir wollen groß werden das bedeutet tiere wird es erst mal nicht geben wir werden uns auf produktion konzentrieren und auch auf ungewöhnlich so hier der kollege ist hier perfekt dann würde ich mal sagen ich würde gern einsteigen geht schon mal nicht perfekt doch kowalski den immer übrigens mit kowalski nehmen wir mit unserem betriebshelfer wir verkaufen jetzt mail im großen stil ok leute ja 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 so wir schreiben uns jetzt für die bga 1,5 muss gucken 1 2 ja passt gut und wir haben mehr wert geschaffen auf krampf in einer spielzeit von drei vergangenen jahren 164 stunden gut dazu muss man sagen ich habe auch alle kurse eingefahren hier live auf stream von 54.000 euro und wir zahlen jetzt unsere schulden zurück wir können sie zurückzahlen das beruhigt mich wirklich das beruhigt mich wirklich aber wir haben es geschafft trotz schwierigkeitsgrad schwer ein mehrwert zu schaffen schon nach drei jahren nach zwei erntesaisons wenn wir all in gegangen sind wir haben jetzt zwar nichts mehr wir haben nur noch ein pick up und dann haben wir einen mehrwert geschaffen ja 54.000 euro rund rostiger spieler sagt in 164 stunden mehrwert geschaffen von 54.000 euro wir zahlen jetzt die schulden zurück da kann ich mich jetzt aber auch tot drücken drücken und dann machen wir noch mal ein resumee bin ich froh dass wir nicht mit miesen da reingehen das heißt ich kann mir ein bisschen start equipment auch kaufen für die rennebu ja natürlich ist es pleite rostiger spieler weil ich habe ja auch alle produktionsgüter also alle maschinen die mehrwert bringen für ein unternehmen verkauft aber es ging ja jetzt darum auch zu gucken kann ich das schaffen unter den umständen und wir haben oft 40 50.000 euro reparatur gezahlt weil cosplay und autodrive einfach automatisch repariert haben das habe ich halt vercheckt steuern muss ich keine mehr bezahlen gehälter sind mitgelaufen aber ja wäre ich pleite klar ja das ist ja das ist ja da bist du ja banane wenn du hier in 5000er schritten und zurück bezahlst gehälter der kowalski kommt eh mit den kündige ich net kowalski kommt mit den nach norwegen den brauche ich 50.000 oh was bleibt da übrig 0 und hiermit ist es amtlich der chat ist zeuge im video werde ich es auch reinschneiden wir haben einen mehrwert geschaffen in 164 stunden von 314.477 euro die nehme ich mit auf die rennebu für gerätschaften jo gut ich sag es mal so ne mit dem konto stand war es das ne also gehts weiter es geht in nach rennebu und genauso motiviert und bock drauf habe ich wie hier auf der elmcreek die elmcreek ist fast nach 10 monaten haben wir uns daran satt gesehen verstehe ich deswegen kommt jetzt auch der umzug wir werden in rennebu auch groß sein nicht im sinne von maschinen das funktioniert nicht das habe ich schon ausprobiert das wird auf mittlere maschinen rauslaufen aber groß in industrie groß in holz groß in logistik wir haben viel fahrtwege ich möchte viel automatisieren viel ausprobieren viele produktion anschauen und ja darauf freue ich mich ich hoffe ihr seid mit dabei auf twitch und auf youtube und ja dann werde ich jetzt hier in meinen dreckigen speckigen pickup mich reinsetzen und dann heißt es ich habe vergessen das silo zu verkaufen und die zwei scheinwerferchen deswegen haben wir ein bisschen mehr wie im live stream gesehen oder in den youtube schnitt youtube zusammenschnitt ja also wir haben jetzt 350.372 euro und wir verabschieden uns jetzt von der elmcreek wir werden richtung ravenport fahren da übersetzen über den atlantik und ab jetzt rinnt nach norwegen hier nochmal ein blick auf den hof der nicht mehr da ist und ab geht's dann gibt es jetzt von der elmcreek in vielen in vielen jenken die leitenden dann geht es wir werden hier 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017